Erlebt ein Abenteuer. Hallo. Indem man In London bleiben die wilden Tiere dort, wo sie hingehören. Auf Hasel trifft. Wird Zeit, dass wir uns unseren Garten zurückholen. Oh nein, ich glaube, wir haben ein Problem. Was ist los? Alles steht auf dem Kopf. Diese Ostern wird's wild. Hasen sind perfekte Geschöpfe. Hat der gerade gezwinkert? Ich wusste gar nicht, dass wir das können. Peter Hase, ab 22. März im Kino. Ja, ich weiß nicht.